Seekräuter Es ist ein Papierschiff, es war das Projekt 21, was hier von Wargaming genommen wurde und dann einfach weiterentwickelt wurde, so ein bisschen, wie es dann wohl gebaut worden wäre, wenn es wirklich umgesetzt worden wäre. Es gibt also keine große Geschichte hier zu erzählen. Wir kommen direkt dann zur Überlebensfähigkeit, die wir euch hier zeigen wollen. Es geht hier um 63.200 Trefferpunkte, die dieses Schiff hier ins Gefecht wirft. Das sind aber auch schon sage und schreibe 10.400 Trefferpunkte weniger, als die Wladivostok hat, die das russische Forschungsbaum-Schlachtschiff ist. Dann haben wir hier eine Torpedoschansverringung von 22 Prozent, die Wladi hat hier 21 Prozent. Kommen wir direkt zur Panzerung und da haben wir wirklich was Besonderes, denn wir fangen hier vorne an, 32 Millimeter, das ist noch nichts so Besonderes. Das Besondere ist das hier. Bug-Panzergürtel, 100 Millimeter und das macht das Schiff zu, ja, doch einem relativ harten Gegnerfrontal. Die 32 Millimeter können natürlich overmatched werden vom Yamato-Projektil, aber von allen anderen ebenfalls nicht. Also nur die Yamato ignoriert die Panzerung und dann geht es halt weiter mit HE, die da durchkäme. IFE, 252 Millimeter, würde hier vorne Schaden machen, aber hier schon nicht mehr. Hier haben wir nämlich schon 45 Millimeter Panzerung. Hier haben wir 32 wieder, wieder 35, wieder 32. Das heißt, hier ist der Schaden relativ gering, außer man trifft eben die Aufbauten. Hier hinten ist er wieder ein bisschen größer und dann haben wir hier an der Seite eben noch 350 Millimeter zu 150 in den Kasematten und dann hier gibt es noch an der Seite so einen kleinen Panzergürtel bei den 50 Millimeter am oberen Decksbereich. Und wenn wir hier vorne den ganzen Kram mal wegnehmen, dann schauen wir hier vorne in die Zitadelle rein, haben wir 180, auch 330 Millimeter, 150 zu 50 Millimetern und hinten sieht die ganze Geschichte recht ähnlich aus. Da haben wir auch hier 180, 305, also ein bisschen was weniger und 150 und den ganzen Kram. Das alles in dem Format, wie wir es jetzt hier eingebaut haben, macht das Schiff frontal zu einem relativ guten Panzer. Auf T8 auch, ich habe das Schiff auch gegen T10-Gefächte, gegen T10-Schiffe ganz gut anwinkeln können und habe wirklich selten großen Schaden gefressen. Und ja, was man natürlich nicht so zeigen sollte, ist dann hier die Breitseite. 350 Millimeter, da kommt eine Desmo auf 5,5 Kilometer durch, eine Moskwa auf 12,4 Kilometer oder Alaska sogar auf 15 Kilometer, kommt durch diese 350 Millimeter durch. Also ihr solltet euch auf gar keinen Fall von der Seite erwischen lassen. Frontal ist das dann schon eine ganz andere Hausnummer. Kommen wir dann jetzt gleich zur Artillerie. Wir haben hier drei Türme, A3 Rohre, A406 Millimeter. Das Besondere an den Türmen ist, die 180 Grad Kehre beträgt hier nur 30 Sekunden und das ist absolut genial. Das fühlt sich an wie ein Kreuzer, kann man sagen. Ihr habt ja die Schnauze oft nach vorne, das heißt, ihr habt auch gar nicht so ein großes Spektrum, wo ihr die Türme hindreht. Und daher ist hier Elite-Schützer eigentlich gar nicht unbedingt notwendig. Sorgt natürlich eventuell für ein bisschen Flexibilität, gerade wenn man gegen Zerstörer kämpfen muss. Und das werdet ihr müssen, weil ihr mit dem Schiff relativ nah an den Gegner ran müsst. Ihr habt eine gute Streuung ab 12 Kilometer. Das heißt, ihr könnt zwar 18,4 Kilometer weit schießen, solltet aber doch in Betracht ziehen, näher an den Feind ran zu kommen. Nämlich so 15. Ab 15 wird sie langsam okay. Man merkt einen deutlichen Vorteil, wirklich ab 12 Kilometer liegen die Dinger fast wie ein Laserstrahl. Es ist ein bisschen übertrieben, klar, RNG-lastig. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß ab diesem nahen Kampf. Ja, dann haben wir 41% Brandwahrscheinlichkeit, 5850 HE-Höchstschaden. Die penetrieren 67 Millimeter. Und dann haben wir eine AP-Granate von 13.100 Trefferpunkten. Beide Granatenfliegen, Typen fliegen gleich schnell. Und es sieht im ersten Moment so aus, als ob das die gleichen Granaten sind wie auf der Vladivostok. Das ist aber mitnichten so. Denn die Penetrationskraft ist hier unterschiedlich. Das liegt daran, dass die Lenin nämlich eine AP-Munition von 1914 hat. Und die Vladivostok eben die AP-Munition von 1928. Hier im Spiel zumindest. Und somit ist die Penetrationskraft der Vladivostok doch eine ganze Ecke höher. Und zwar können wir hier ganz kurz mal was dazu sagen. 18 Kilometer, 413 Millimeter für die Lenin, 470 Millimeter für die Vladivostok. Auf 10 Kilometer penetriert die Vladivostok 586 Millimeter, während die Lenin nur 554 Millimeter macht. Und auf 5 ist das natürlich nochmal viel viel höher. Die Penetrationskraft an sich ist überhaupt nicht schlecht. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte es jetzt nur immer ins Verhältnis setzen zur Vladivostok. Sonst kann man sagen, Zündverzögerung 0,033 Sekunden. 68 Millimeter müssen von der Granate durchschlagen werden an Panzerung, bevor dann diese Zündverzögerung aktiviert wird. Wir haben hier Standardabprallwinkel, 0 bis 30 Grad. Immer garantierter Abpraller, 30 bis 45 Grad. Dann eben die Chance auf Abpraller. Richtig gut zu sagen ist zum einen halt wirklich die schnelle Drehzeit, die ich eben schon erwähnt hatte. Und der mittlere Turm, der Lenin, hat hier 360 Grad. Also der kann sich um 360 Grad drehen. Und das ist wirklich nochmal ein kleines Highlight. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr relativ schnell wieder die Türme im Ziel habt. Zumindest einen Turm. Und was man noch dazu sagen kann ist, wenn ihr vom Ziel wegfahrt, weil ihr flüchten müsst, habt ihr einen sehr, sehr guten Winkel auch nach hinten. Ihr müsst nur relativ wenig von eurem Fahrkurs ändern, damit ihr mit zumindest ein oder zwei Geschützen gut nach hinten schießen könnt. Das ist auch wirklich eine tolle Sache. Das überrascht auch so manche Gegner. Zur Sekundärbewaffnung, die gleicht sich quasi mit der Vladivostok bis auf die 152 Millimeter. Nämlich die Vladi hat da 2 mal 6 Türme, hat 2 Rohre 152 Millimeter. Und ja, hier sind es eben bei der Lenin 4 mal 3 Rohre 152 Millimeter. Die Rohreanzahl ist quasi die gleiche, bloß da die Geschützturmanzahl, die eine andere ist. Die Daten, die da dahinter stecken, die ihr jetzt gerade einblendet seht, sind quasi identisch. Kommen wir direkt zur Flugabwehr. Der unterscheidet sich pro Lenin. Die Lenin hat eine Mittel- und eine Langstreckenflugabwehr, 9 Explosionen, 770 Schaden. Und der kontinuierliche Schaden beträgt hier 358. 51, während bei der Vladivostok die ganze Geschichte ein bisschen anders aussieht. 20, 30 Punkte weniger im Durchschnitt. Und bei der Langstrecke haben wir 5 Explosionen mit 1190 und den kontinuierlichen Schaden von 128. Das ist dann mit der Vladivostok wieder identisch. Die Grefferwahrscheinlichkeit beträgt hier nur 71%, was ich für relativ gering erachte im Vergleich zu anderen Schöpfen auf dieser Tierstufe. Die Verstärkung der Sektoren seht ihr selber. 25%, 12 Sekunden für beide Varianten. Das ist auch übrigens bei der Vladivostok komplett identisch. Die Flak ist okay gegen T8-Träger, gegen T10-Träger ist es ein Problem. Ja, und wenn man einzeln fährt mit der Lenin, ist es sowieso eher ein Problem. Auch vom Deck her kann man sagen, ja, da gibt es sicherlich Dickeres und das Ding wird anfällig sein. Ja, ihr seid nun mal ein Schiff, was vorne steht, vorwärts, rückwärts fährt, ist natürlich ein gutes Ziel für gegnerische Bomber. Kommen wir direkt zur Manövrierfähigkeit. 28,5 Knoten ist ein Ticken langsamer als das, was die Vladivostok bietet, aber auch nur ein halber Knoten. Der Rest ist alles zu doch ein Vorteil für die Lenin. Ein kurzerer Wendekreis mit 840 Meter und 13,5 Sekunden Ruderstellzeit. Die Vladivostok braucht 110 Meter mehr. Die Ruderstellzeit ist nur 0,2 Sekunden langsamer, also von daher voll konkurrenzfähig. Bei der Verborgenheit sieht es wieder ein bisschen anders aus, denn da haben wir 16,6 Kilometer zu Wasser, 11 Kilometer zur Luft. Und ja, zu Wasser ist die Vladivostok eben nur 15,5 Kilometer sichtbar. Macht einen großen Unterschied, wie ich persönlich finde. Und 11,1 Kilometer zur Luft. Wenn man aus dem Nebel schießt, geht auch die Lenin weiter auf mit 16,1, die Vladi eben mit 14,9. Kommen wir direkt zum Verbrauchsmaterial, was hier bei dem Dampfer vorliegt. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam in Standard- und in der Premium-Version. Wichtig hier zu erwähnen, die russischen Schlachtschiffe haben nur begrenzte Anzahl an Aufladung für das Schadensbegrenzungsteam. Dafür habt ihr den riesengroßen Vorteil, dass ihr eine kurze Aufladezeit habt. Also ihr löst das Ding aus, das Ding wirkt 10 Sekunden und die Ladezeit beträgt dann 40 Sekunden, während andere Schiffe eben teilweise viel, viel länger warten müssen. Ihr habt hier ein Premium-Schiff, also nutzt auch die Premium-Verbrauchsmaterialien. Hier sind es vier Aufladungen. Diese Aufladungen machen es eben möglich und die kurze Abklingzeit dazu, dass ihr relativ schnell vorne an der Front eure Brände oder Flutung, wenn es Doppelbrände sind oder Dreifachbrände, löschen könnt und schnell wieder in die Lage versetzt wird, weiter zu überleben. Und mit der Reparaturmannschaft, die ihr dann habt, werden dann die Trefferpunkte wiederhergestellt. Auch die Premium-Reparaturmannschaft hat hier meiner Meinung nach einiges zu bieten. Alle 80 Sekunden können die benutzt werden und die Wirkungsdauer ist 28 Sekunden lang. Es sind dann gesamt bis zu 8.848 Trefferpunkte wiederherstellbar ohne India-Delta-Flagge. Und mit der India-Delta-Flagge, die ihr natürlich auf dem Schiff drauf habt, sind es 10.612 Trefferpunkte, die maximal mit einem Zyklus wiederhergestellt werden können. Dann habt ihr natürlich noch Jäger dabei. Auch da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Nutzt auch hier die Premium-Version. Die blende ich euch auch gerade ein. Von daher Wirkungsdauer 60 Sekunden, Anzahl der Jäger 3, Aktionsradius 3 Kilometer und dann dauert es 90 Sekunden, bis der Jäger wieder parat ist. Und davon habt ihr dann drei Aufladungen. Das ist hier Standard ohne Inspekteur im Moment. Das heißt, mit Inspekteur kriegt ihr jeweils noch eine Ladung mehr angezeigt. Kommen wir direkt zu den Verbesserungen, die hier sinnvollerweise einzusetzen sind. Ist natürlich ganz klar, ihr seid eine Spitze eurer Schlachtkraft, also eurer Alliierten. Das heißt, vorne die Hauptbewahrungsmodifikation 1 rein. Der nächste Punkt ist dann schon, dass Schadensbegrenzungsteam, Schadensbegrenzungsystemmodifikation 1, was hier unbedingt eingebaut werden muss. Denn das einzige, was hier wirklich sinnvoll ist, bei der Lenin zu skillen, ist Survive. Ihr seid ganz, ganz vorne. Ihr müsst nah ran an die Gegner. Ihr werdet schnell gefokust werden. Und ja, dann von kleinen Kreuzern, von mittleren Kreuzern und natürlich auch von Schlachtschiffen. Ihr werdet häufig brennen wahrscheinlich, ganz einfach, weil ihr im Fokusfeier steht, weil ihr viel mit HE beschossen werdet, auch wenn sie dann teilweise nicht durchkommen. Es ist einfach eine Sache, die der entgegengewirkt werden muss. In Slot 3 baut ihr die Zielsystemmodifikation ein, um noch weniger Streuung zu erreichen. Das wirkt sich natürlich nochmal besonders positiv auf die kurze Distanz aus. Wenn ihr Zielsystem hier nicht braucht, weil ihr sagt, okay, die 7% machen die Kohle nicht fertig, ich fahre sowieso so nah ran, da ich treffe. Dann kann man hier als einzige Alternative meiner Meinung nach noch die Flak-Modifikation einbauen, um die Explosion in Mittel- und Langstrecke zu erhöhen, was den Piloten nochmal ein bisschen schwieriger macht, daran zu kommen. Also, ich baue jetzt hier die Zielsystemmodifikation ein und dann geht es weiter in Slot 4, Schadensbegrenzung-Systemmodifikation. Da gibt es gar keine andere Wahl. Ihr habt eine super Ruderstellzeit. Der Antrieb ist meiner Meinung nach auch nicht schlecht. Also ihr kommt relativ schnell wieder vorwärts zurück, für einen Schlachtschiff natürlich. Und in Slot 5 bauen wir hier die Tarnsystem-Modifikation ein, um einfach die Streuung der gegnerischen Granaten auf das eigene Schiff nochmal einen Ticken zu erhöhen und dann von den 16.6 runter zu kommen, damit ihr da weniger weit sichtbar seid. Bei den äußeren Sachen kommen wir zuerst zu einer Tarnung. Ihr bekommt hier so eine hübsche Tarnung mit, die seht ihr auch gerade angebracht auf dem Dampfer. Der bringt Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%, Stiftswartungskosten um 10% reduziert und EP-Gefecht um 50% erhöht. Dann kommen wir zu den Signalen, die hier natürlich sinnvoll sind. Fahren wir oben links an. Natürlich die November Echo Set der 7 Flagge. Gerade bei den heutigen Flugzeugträgern und der Häufigkeit ihres Auftretens ist es unbedingt notwendig, diese Sache reinzubauen. Dann kommen wir gleich als nächstes in der Delta Flagge, Pflichtflagge auf diesem Schiff. Nächster Punkt ist dann in der Yankee, um die Brandbekämpfung zu beschleunigen und Juliet Yankee Biso 2, hier Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20% reduziert. Das ist also wirklich, wirklich wichtig, weil ihr steht viel, die Flugzeugträger werden euch definitiv anfliegen. Da geht gar kein Weg dran vorbei sozusagen und deswegen müsst ihr zusehen, dass der Schaden, den die machen, möglichst gering bleibt. Lasst euch auf jeden Fall schön an der Seite treffen, also vom ersten Turm bis zurück, ich sag mal, kurz hinterm Schornstein. Wenn da die Torpedos einschlagen, dann habt ihr eure Torpedoschadensverringerung besonders und da wird dann einfach weniger Schaden vom Torpedo gemacht. Das ist einfach geil und das müsst ihr dann auch versuchen zu beherzigen, wenn die Torpedos im Wasser sind. Dann geht es weiter. Meiner Meinung nach kann man hier Sierra Mike, das ist aber schon in einer abgeschwächten Form, man kann es skillen, man muss es nicht skillen. Es bringt schon ein bisschen was, es macht schon Spaß. Auf der anderen Seite, ihr seid eher ein Schiff, was ein bisschen statisch ist, also vorwärts, rückwärts fährt und nicht so viel auf der Karte hin und her. Ihr braucht eine Stellung, die ihr verteidigen könnt, vielleicht mit ein paar Alliierten zusammen. Und das ist es eigentlich schon. Sierra Mike, wenn ihr nicht so viel Flagen davon habt, baut das hier nicht ein. Es ist aber durchaus nützlich, deswegen setze ich sie hier mit rein. Und die November Foxtrot ist natürlich ganz enorm wichtig, dass ihr hier eure Verbrauchsmaterialien ganz schnell wieder parat bekommt. So, und das war es eigentlich schon, was man jetzt hier an Besonderheiten einbauen kann. Das sind hier sechs Signale. Die restlichen Sachen könnt ihr ohne Probleme auch in den ökonomischen Bereich reinsetzen. So, und dann kommen wir schon zum Kapitän, der hier benutzbar ist und wie er geskillt werden sollte. In meinem Fall ist das jetzt hier kein besonderer Kapitän, aber ihr wisst ja, vielleicht hat mit Update 084, wer unseren Kanal regelmäßig schaut, weiß das, ein neuer Kapitän ins Spiel kommt. Nämlich der Nikolai Kuznetsov und der hat ganz besondere Fähigkeiten, die genau darauf ausgerichtet sind, einem Schlachtschiff zu dienen, sozusagen. Was würde ich hier empfehlen als erste Skillung? Ich persönlich würde auf jeden Fall, wenn ihr den ersten Punkt vergibt, vorrangiges Ziel wählen. Ich muss wissen, von wie vielen Schiffen ich aufgeschaltet bin. Wenn ich an der Front stehe, muss ich mich eher zurückziehen oder kann ich mich ein bisschen noch vordriften lassen mit Viertelkraft oder wie auch immer. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann sofort Adrenalinrausch. Ihr sollt von dem Schaden, den ihr nehmt, profitieren, indem ihr weniger lang nachladen müsst. Dann gibt es den dritten Punkt. Der dritte ist dann nämlich gleich Grundlagen der Überlebensfähigkeit, um einfach die Brandbekämpfung noch weiter zu beschleunigen und auch das Wasser auspumpen muss beschleunigt werden, damit ihr eben vorne länger überlebt. Und in Slot 4 kommt nicht der Tarnungsmeister, sondern kommt direkt der Brandschutz. Ihr steht vorne am Feind bei zwölf Kilometer ungefähr. Das heißt, ihr seid sowieso offen bei der heutigen Flugshow, die ihr euch jedes Mal beim Gefecht da so reinziehen dürft. Seid ihr quasi permaoffen, kann man sagen, und durch die Nähe zum Feind. Dann habt ihr 10 Punkte vergeben. Ihr habt dann noch weitere Punkte verfügbar, nämlich der nächste Slot sollte dann unbedingt, wenn ihr dann 13 Punkte habt, der Inspekteur sein, um einfach mehr Verbrauchsmaterial zu haben, schneller wieder reparieren zu können. Schadensbegrenzungsteam gibt es einen on top und eben den Jäger. Eine richtig dufte Sache. Und dann haben wir 13 vergeben. Dann geht es weiter. Ich würde dann persönlich empfehlen, hier 1000 Sasser auf jeden Fall, wenn ihr gerade diesen neuen Kapitän dann auch habt, 1000 Sasser mit reinzupacken, um einfach nochmal die Verbrauchsmaterialien zu beschleunigen. Und gegebenenfalls sogar dann nochmal kombiniert mit höchster Alarmbereitschaft. Das kann richtig hilfreich sein. Ja, und dann ist es so, obliegt es euch so ein bisschen, was ihr dann lieber wollt. Wollt ihr lieber oben nochmal Ladeexperte mit reinbauen und vielleicht Beschussalarm oder so eine Sachen? Oder wollt ihr eben hier unten auf die Turmdrehzeit gehen mit Elite-Schütze? Das würde auch noch unterstützend hilfreich sein. Ist aber nicht unbedingt ein Zwangsskill aufgrund der guten Drehzeit, die das Schiff von sich aus mitbringt. Alternativ, wie gesagt, ich sagte vorhin, Flak-Möglichkeit besteht auch bei dem Dampfer. Da sollte man dann vielleicht überlegen, bei der verbesserten Schießausbildung oder Schießgrundausbildung noch was reinzupacken. Das könnt ihr euch dann anpassen, wie ihr das wollt. Aber keep in mind, das ist unbedingt ein Schiff, was auf Survive geskillt werden muss, weil ihr einfach eine Frontsau seid. Kommen wir jetzt dann direkt zum Pro und Contra bei diesem Dampfer. Pro ist, dass man gerade auf Kurs- und Mittelstrecke, und darauf sind die russischen Schlagschiffe alle ausgelegt, spätestens ab T7, dann sehr, sehr genau sind, nämlich bei ca. 12 Kilometer. Die Turmdrehrate ist vom Werk aus schon ziemlich, ziemlich geil. Die Frontpanzerung ist richtig genial, die macht auch echt recht viel Spaß. Und die guten Schusswinkel habe ich mir als Pro bei diesem Schiff aufgeschrieben. Habt die Türme schnell im Ziel, der mittlere Turmdreht, wie gesagt, um 360 Grad. Ihr könnt gut nach hinten wirken. Dann gibt es natürlich auch ein Contra. Ihr habt sehr wenig Trefferpunkte. Mit 63.200 seid ihr deutlich von den Trefferpunkten im Rückstand gegenüber der Vladivostok. Dann habt ihr eine sehr, sehr lange Ladezeit. 33 Sekunden für die Hauptgeschütze. Das ist schon, naja. Und, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist die Flak, die insgesamt zwar auf T8 konkurrenzfähig ist, aber trotzdem nicht alle Bomber runterholt. Also einmal abwerfen können die in der Regel trotz alledem. Und wenn ihr T10-Flieger als Gegner habt, wird es noch ein bisschen schlimmer. Sucht euch einen Alliierten, der mit euch da vorne reinfährt, so richtig schön in einen Flak-Kreuzer. Der da auch so was wie eine Desmo zum Beispiel. Das ist ein richtig geiler Partner. Da habt ihr eine geile Flak nebenan und der ist ja frontal auch für einen Kreuzer zumindest relativ hart. Das wäre eine richtig gute Sache. Würde ich empfehlen, diese Lenin zu kaufen. Das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende. Ich persönlich habe mich überhaupt nicht darüber geärgert, das getan zu haben. Es ist ein ziemlich geiler Tank. Es macht halt, der macht einfach Spaß. Er hat jetzt nicht so super viele Besonderheiten mit einer irgendeiner ganz besonderen Reparaturmannschaft. Ja, das Schatzbegrenzungsteam ist ein bisschen besser, aber das war's. Aber das macht irgendwie fettster Teil. Muss man ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht bereut, das Geld ausgegeben zu haben. Jetzt hoffe ich, dass euch diese Schiffseinweisung gut gefallen hat. Dass sie euch die Informationen gebracht hat, die ihr gesucht habt. Wenn dem so ist, würde ich euch bitten, abonniert unseren Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Schiff haltet. Macht auch Verbesserungsvorschläge, wenn euch das Video irgendwo an irgendeinem Punkt eben nicht so gut gefällt. Dann immer rein damit. Ich bedanke mich für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seacrauts Team, euer Marara. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.